So, hallo und herzlichstes Willkommen, liebe Vault-Bewohner und Ödland-Besucher, zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute möchte ich euch mal zeigen, wo ihr diese coolen Figuren herbekommt, welche ihr euch dann in euer Regal reinstellen könnt. Es sind sechs Figuren, die man haben kann und das zeige ich euch. Und unter anderem auch noch so als kleine Nebenbei-Geschichte gibt es übrigens dann auch noch dieses Outfit mit dazu und ein paar andere coole Items, welche man sich ins Regal stellen kann. Aber hauptsächlich geht es halt eben um diese Figuren. So, wo bekommen wir diese Figuren her? Wir müssen auf jeden Fall zu dem Wohnheim der Verbindung reisen und vom Spawn aus gesehen müssen wir die Straße hochlaufen und dort sehen wir dann ein Haus mit einer blauen Tür. Sorry, es ist ein Studentenhaus. Dieses Haus betreten wir dann und im unteren Zimmer, bei mir stand die Tür offen, die packt auch manchmal ein bisschen diese Tür. Das ist irgendwie ganz komisch, da muss man öfters mal auf Öffnen drücken. Da drückt ihr auf jeden Fall drauf, da kommt ihr auf jeden Fall in diesen Nougat-Cola-Raum, wo man auch diverse Nougat-Cola-Items finden kann, von Gläsern bis Bechern bis hin zu verschiedenen Nougat-Cola-Sorten. Die können wir mitnehmen und dann im obersten Stockwerk auf jeden Fall, dort findet ihr dann auf einem Stuhl liegend dieses Outfit, was ich euch gezeigt habe und diese Figuren, die findet ihr dann unten am Tisch auf dem Schachbrett. Denn das sind eigentlich nur Schachfiguren, welche man dort aufsammelt und die zählen übrigens auch als Schrott und geben einem sogar Stahl. Also wenn ihr sie verwerten wollt, dann verwertet diese, ist ja überhaupt nicht verwerflich. Ich persönlich finde es aber cool, diese Figuren sich einmal zu holen und sich dann ins Regal zu stellen und dann halt eben als Ausstellungsstücke in seinem Camp stehen zu haben. Tja, in diesem Sinne hoffe ich, konnte ich euch ein kleines bisschen helfen und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zocken, guten Loot, macht nicht so viel Blödsinn, wir sehen uns im nächsten Video, Servusle und Ciao!